Hey, hast du schon mitbekommen, dass deine Rückrunde 1 gar nicht oben ist? Vollidiot, ey. Da gibst du nicht extra so'n Anhörbutton, den man drücken kann, um seine Rückrunde anzuhören. Um festzustellen, ob man nur ein Beat hochgeladen hat. Meine Texte gehen geradeaus und deine Lafe-Clown-Shill in meinem Gartenhaus. Gemütlich, während ich dich aufrauch, denn ich handel mit der Liga-Flo. Unstrafbar wie ne Raubkopie, deine Reaktion ist ja merkisch bedingt wie bei ner Staubfobie. Ich suche mal zwei Fingerpatsch, wie nach der Rückrunde 1. Doch nichts davon ist vorhanden, gebt ihnen Glücksblut aus Beileid und bereit, gebt mir mehr Eis. Sehr stylisch, schiebst Paranoik und schafft mit guten Grund auf 100, also zahl mir Sklavensteuer. Werde gegen mich brauchst du lediglich, Titel des Schwergewichts, ansonsten reißt du hier nichts, weil du mein Pegel eh nicht brichst. Und für dein Blatt hab ich nichts übrig, du belügst dich, hast Überzeugung gefressen, wenn du meinst, dass du der Klügere bist. Ich werf dir Steine vor die Füße, bis du nicht mehr laufen kannst, knall dich on point in Takt auf dem aufsteigenden Ast. Mein Hauptsache hat sich schlapp, schmeißen ihre Knarren weg und sie erklären es dir auch. Ey, für dich brauchen wir das nicht. Ich werf dir Steine vor die Füße, bis du nicht mehr laufen kannst, knall dich on point in Takt auf dem aufsteigenden Ast. Mein Hauptsache hat sich schlapp, schmeißen ihre Knarren weg und sie erklären es dir auch. Ey, für dich brauchen wir das nicht.